Heiner Bröhring, unser Preisträger für das unternehmerische Lebenswerk. Die Unternehmensgeschichte fing 1891 an. Mein Großvater hat den Beginn der Firma gleichgesetzt mit seinem Hochzeitsdatum. Bröhring ist ein absolut bodenständig geprägtes Familienunternehmen. Und die Bodenständigkeit und das Sein als Familienunternehmen ist seine Vision. Heute kann ich sagen, dass es uns gelungen ist, letztlich auch in der vierten Generation das Unternehmen weiterzuführen, durch meine beiden Söhne, die vor wenigen Jahren ebenfalls in das Unternehmen eingetreten sind. Das Unternehmen ist natürlich, seitdem ich denken kann, präsent in unserer Familie. Natürlich hat mein Vater daran gedacht, uns auch dementsprechend das an etwas schmackhaft zu machen. Aber das hat er gar nicht nötig gehabt, weil wir uns als Familie auch damit identifizieren und wir auch Spaß dabei haben. Das Profil war scharf, wie es heute noch ist und war damals genau erkennbar. Und das beeindruckte natürlich auch, wie es damals war und heute auch noch ist, muss man ganz klar sagen. Und dass er überzeugen kann und nicht nur mit Argumenten alleine, sondern auch mit Wärme oder mit Nähe zu den Menschen und seinen Mitarbeitern überzeugen kann. Die Bröhring-Gruppe ist heute mit seinen Standorten strategisch bestens aufgestellt. Das Wachstum des Unternehmens hängt letztlich davon ab, welche Möglichkeiten und Chancen die Entwicklung in der Landwirtschaft uns als Dienstleister und Zulieferer bietet. Ich bin nicht bange, um zu sagen, dass unsere Landwirte, insbesondere im Weser-Ems-Raum, für die Zukunft gut aufgestellt sind und die Zukunft nicht fürchten sollten, sondern die Zukunft gestalten sollten. Zwar ist unser Vater nicht mehr in der Geschäftsführung tätig, aber seine beratenden, eigentlich beratenden Funktionen gehen häufig doch auch in operative über, sodass wir doch seinen Einfluss häufiger noch im Unternehmen spüren und das ist auch gut so. Ich denke, da spreche ich auch für meinen Bruder, dass wir froh sind, wenn wir ihn auch nochmal fragen können und er seinen Senf, auf deutsch gesagt, dazu gibt. Eine Erfolgsgeschichte mit langer Tradition. Die Weichen für die Zukunft sind gestellt. Herzlichen Glückwunsch, Heiner Bröhring!